Thermalbad. Thermalbad kann die Bezeichnung sein für einen Kurort mit einer mineralreichen warmen Quelle, deren Temperatur die ganze Zeit, also langfristig über 20 Grad, liegt. Thermalbad ist aber auch die Bezeichnung einer Badeanlage. In dieser Badeanlage gibt es ein natürliches, meist mineralisiertes Grundwasser mit einer Quellaustrittstemperatur von mindestens 20 Grad. Thermalbad wird manchmal auch einfach als Therme bezeichnet, wobei Therme auch manchmal der Begriff ist für eine größere Badeanlage. Ein Thermalbad hat typischerweise mindestens, also wenn es jetzt Thermalbad als Badeanlage ist, dann gibt es dort typischerweise mindestens ein Bad, wo natürliches Thermalwasser aus einer natürlichen Quelle gibt. Das Thermalwasser kann einfach aus der Quelle kommen oder eben auch durch eine Tiefbohrung erschlossen sein. Thermalwasser wirkt in jedem Fall entspannend auf die Muskulatur, Thermalwasser ist anregend für den Kreislauf und Thermalwasser hat auch verschiedene mineralische Bestandteile und diese können, je nachdem welche Mineralien da drin sind, positiv wirken auf die Gelenke, bei Allergien, bei Hauterkrankungen und auch bei Rheuma. Bad Meinberg zum Beispiel ist ein Thermalbad, auch wenn es eher bezeichnet wird als Moorheilbad, aber das Moor wird heute in Bad Meinberg nicht mehr genutzt und so könnte man sagen, Bad Meinberg ist heute hauptsächlich ein Thermalbad. Und Bad Meinberg hat auch eine Badeanlage, das sogenannte Mainbad und das hat eben auch ein Mineralwasserbecken und somit ist die Badeanlage Mainbad oder heute auch manchmal als Badehaus bezeichnet, Bad Meinberger Badehaus. Das Ganze ist also ein Thermalbad, eine Therme. Und in Bad Meinberger Mineralbad gibt es eben natürliches Mineralwasser, sowohl im Innenbecken als auch im Außenbecken. Beide sind relativ warm und es gibt auch noch ein Therapiebecken, das ganz besonders warm ist.